Apple und Tesla so schön günstig, das scheint die heutige Botschaft des Tages zu sein und das zeigt Ihnen vielleicht auch, dass die Welt schon oder die Finanzmärkte schon etwas geistig anspruchsvollere Tage erlebt haben als den heutigen. Jedenfalls sehen wir das alte Muster, die Tech-Aktien steigen, vor allem Apple und Tesla steigen nach dem heute erfolgten Aktien-Split, während zum Beispiel der Dow Jones, der Russell 2000, aber auch der DAX tendenziell fallen. Es ist also wieder diese Verschiebung, die wir sehen, die meisten Aktien steigen nicht, aber die wenigen, die steigen, die sorgen dafür, dass die Indizes insgesamt nicht unter die Räder kommen, vor allem Apple natürlich, dass jetzt eine andere Gewichtung im Dow Jones hat, das sorgt dafür, dass dieser Apple-Anstieg sich im Dow Jones nicht wirklich bemerkbar macht, denn Apple respektive der Dow Jones ist ja ein preisgewichteter Index, das heißt, wenn jetzt der Kurs sich geviertelt hat aufgrund des Aktiensplits von Apple, dann spielte die Apple-Aktie im Dow Jones keine wirklich große Rolle mehr und das ist vielleicht das Problem heute beim Dow Jones. Schauen wir uns zunächst mal an, was da passiert ist. Wir haben eine Apple mit etwa 3,5% zugewinn, wir haben eine Tesla mit fast 10%, da sind viele Milliarden an Marktkapitalisierung dazugekommen, da muss Tesla schon ein paar Autos verkaufen, um diesen Anstieg, der allein heute ja erfolgt, ist einigermaßen zu rechtfertigen, aber die Religionsgemeinschaft Tesla, die kümmert sich nicht um Fakten, sondern ist ein bisschen metaphysisch unterwegs und normalerweise, das sehen wir in der oberen Grafik, steigen Aktien vor einem Aktiensplit und dann fallen sie relativ zumindest zum Markt, nicht absolut, das heißt, es ist nicht so, dass diese Aktien dann fallen müssen oder dass die Wahrscheinlichkeit überragend ist, historisch gesehen, dass sie fallen, aber in Relation zum Gesamtmarkt fallen sie, aber heute passiert nochmal das Gegenteil, wie lange wird dieses Spiel noch weitergehen, wie lange kann diese Bewertungsblase noch aufgeblasen werden, das ist die große Frage. Tech ist jetzt, nehme ich die US-Tech-Werte genauer gesagt, mehr wert als alle europäischen Aktienmärkte zusammen. Im Jahr 2007 waren diese europäischen Aktienmärkte noch viermal so viel wert wie die Tech-Konzerne, also man sieht, die Zeiten ändern sich und es sind vor allem die Privat-Trader, die Privat-Investoren, die hier sehr, sehr viel von diesem Anstieg wohl ausgelöst haben, wir sehen, dass deren Anteil am Aktienhandel inzwischen auf 19,5% gestiegen ist, das ist in etwa das Doppelte als noch vor zehn Jahren im Jahr 2000 und es sind diese Privat-Trader, die eben solche Aktien wie Tesla, solche Aktien wie Apple nach oben bringen, die Robin Hooder, wie man ja sagt, von diesem Fintech Robin Hood, heute übrigens fast alle amerikanischen Handelsplattformen, TD Ameritrade, Charles Schwab und Robin Hood sind ausgefallen, teilweise hatten also technische Schwierigkeiten, es hat nicht verhindert, dass Tesla und Apple deutlich gestiegen sind. Hier sehen wir das nochmal mit dem Dow Jones, Apple hat weit über 1000 Punkte dazu beigetragen bei dem Anstieg des Dow Jones, der gleichwohl eben deutlich hinter dem S&P und hinter dem Nasdaq einhunderte zurückbleibt, wenn jetzt also Apple als Kurstreiber nicht mehr da ist, dann ist das ein bisschen schwieriger und wir sehen aber, dass da erste Investoren, nämlich größere Investoren wie Warren Buffett schon ein paar andere Ideen haben, der hat ja jetzt fünf große japanische Werte gekauft, vielleicht um ein bisschen Value zu kaufen, ein bisschen von diesem Tech, von dieser Tech-Dominanz, die ja auch in seinem eigenen Portfolio ist, ich glaube fast die Hälfte seines Portfolios macht der Apple aus, das ist natürlich schon ein gewisses Klumpenrisiko, das da vorhanden ist, jedenfalls scheint er da eher auf Dividenden starke Titel zu setzen und vor allem auch Geld aus dem Dollarraum zu verlagern, das ist vielleicht eine interessante Message und wenn wir uns mal anschauen, was so in den letzten Jahrzehnten eigentlich gebracht hat, Value auf der einen Seite und Growth, also Tech, wenn man so will, Wachstum, dann sehen wir, dass eigentlich nur in zwei kurzen Perioden Growth, also Wachstumsaktien, meistens Tech-Aktien, besser gelaufen sind, und das war eben in der Dotcom-Bubble der Fall und jetzt in der Tesla-Apple-Bubble, wenn man sie so bezeichnen kann, also es ist nicht ausgemacht, dass das ein ewiger Trend ist, sondern historisch ist das eher ein Ausnahmephänomen. Jetzt kommt dazu, dass wir die Situation haben, dass Donald Trump offenkundig in den Umfragen immer wieder zulegen kann, in den letzten Tagen, vor allem in den Swing-States, alles andere als ausgemacht, dass Joe Biden diese Wahl gewinnen wird, denn Donald Trump hat ein Thema, das zu verfangen scheint, Law and Order, er hat es heute auch wieder getwittert, also Recht und Ordnung, da ist sozusagen vielleicht eine Angriffsstelle, die Donald Trump hier hat, die Corona-Krise scheint ein bisschen abzuflauen, was die Infektionen betrifft, in den USA auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese Ausschreitungen, diese Tötungen, die in verschiedenen Städten immer wieder der Fall sind, Portland, Kenosha, wie sie alle heißen und jetzt sagt auch JP Morgan, also die Märkte sollten sich vorbereiten, dass Donald Trump diese Wahl wirklich gewinnt und normalerweise ist es ja so, wenn die Aktienmärkte sich so verhalten wie derzeit, dann deutet manches drauf hin, aber die Frage ist, kommt jetzt der September, der ja eigentlich historisch gesehen der schlechteste Börsenmonat ist und macht dem einen Strich durch die Rechnung, wir werden sehen alles andere als sicher. Insgesamt sehen wir jetzt, dass der Wilshire 5000, der Wilshire 5000, das ist praktisch ein Index, der alle Aktien in den USA umfasst, es sind nicht ganz 5000, jedenfalls sehen wir, dass wir die höchste jemals erreichte Marktkapitalisierung haben, in Relation zum US-BIP, nämlich 190%, aber das ist natürlich nur vorübergehend, weil das BIP natürlich explodieren wird in den USA, jedenfalls sehen wir, dass auch jetzt Tom Dwyer, ein in den USA sehr bekannter Analyst von Canaccord gesagt hat, also ich war ja vorher bullish, habe einen Kursziel von über 3300 Punkten im S&P gehabt, aber ich nehme das jetzt zurück, ich weiß nicht, wie hoch Bewertungen noch gehen können und dass wir jetzt nicht ganz billig sind, ist glaube ich kein Geheimnis. Nun sagen manche, naja, Bewertungen spielen eben keine Rolle, wir haben faktisch MMT, Modern Monetary Theory, es wird praktisch alles durch Gelte zugeschüttet, insofern ist Bewertung kein wirkliches Kriterium mehr. Nun ja, diesmal ist alles anders, vielleicht haben die recht, vielleicht aber eben auch nicht. Wir sehen jetzt übrigens den S&P 500, also den Leitindex mit dem höchsten RSI, mit dem relativen Stärkeindex seit Januar 2018. Damals jedenfalls ging es nach unten im Januar 2018, da war die Steuerreform gerade beschlossen worden, das hatten die Märkte antizipiert und dann fielen sie mit der guten Nachricht bei The Rumors Sell The Fact, könnte man sagen. Und wir haben jetzt hier vielleicht mal Charts, die darauf hindeuten, dass hier Wertsteigerungen der Fall sein könnte, bei Werten, die vorher nicht so gut gelaufen sind, nämlich hier Agrarrohstoffe. Hier sehen wir, dass möglicherweise der Kurs oder die Kurse dieser Basket an diesen Agrarrohstoffen aus einem langfristigen Abwärtstrend nach oben ausbricht, wäre vielleicht etwas, was nicht total überteuert ist. Und wir sehen auch, dass europäische Aktien in Relation zu den US-Aktienmärkten so günstig sind, wie seit 100 Jahren nicht mehr. Also auch hier sehen wir, dass Bewertungen sich durchaus unterscheiden. Value und Growth könnte sozusagen dann das kommende Thema werden, nämlich dass Value jetzt plötzlich wieder mehr wert wird und Tech ein bisschen weniger. Was wir hier sehen ist eher Value, ist der DAX in den Schatz von Capital.com, meine Damen und Herren. 12.970, der kommt nicht so richtig aus dem Quark. Der hat zwar einen super August absolviert, wie alle anderen Aktienmärkte, bester August seit 1986, wie es aussieht, aber er ist eben deutlich weniger stark als etwa hier zum Beispiel der Nasdaq 100. Getrieben natürlich von Apple, von auch Tesla, von anderen Aktien. Wenn wir uns hier mal den S&P 500 anschauen, dann sehen wir, naja, das ist nicht ganz so bullisch. Und wenn wir uns den Dow Jones anschauen, dann sehen wir, ja, das ist noch weniger bullisch. Also da ist doch eine Korrektur erkennbar, die eben nicht erkennbar ist bei den Tech-Werten. Wir haben Gold, das sich hier gut hält, insgesamt 1.972, insgesamt der Dollar wieder auf dem Rückzug. Wir sehen, dass der Euro jetzt an diesen Hochskratz, die wir Mitte August gesehen haben, in Richtung der 1.20er-Marke aktuell bei 1.1945. Also, es ist ein Montag, wie er typischer nicht sein kann. Die Aktienmärkte steigen, wenn sie Tech sind. Impfhoffnung, irgendwelche Hoffnungen findet sich ja immer. Und wir haben jetzt eben wieder dieses Muster Tech steigt, die anderen steigen nicht. Wie lange geht das so? Das ist die Frage. Spielbewertungen noch eine Rolle. Das ist ja auch die Frage, die Tech-Jünger sagen, nein, spielen sie nicht, denn diesen Firmen gehört die Welt. Die werden alles dominieren. Ich habe da meine Zweifel und sage Servus und schau, wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Bis dann.